Wir haben uns die Freizeit für eine gewisse Zusammenarbeit mit dem Kulturnen Zentrum der neuen Saal. Die Ambasade Austria und der Austrijske Kulturnen Forum haben die größten Zusammenarbeit mit dem Kulturnen Zentrum der Danima und der Maier und der Kulturnen Zentrum der neuen Saal. Wir sind die Kulturnen Zentrum der Kulturnen Zentrum der Kulturnen Zentrum der Kulturnen Zentrum der neuen Saal. Wir haben wir 주세요, die Kulturnen Zentrum der Kulturnen Zentrum der Kulturnen Zentrum, und vor dem heutigen Tag der Austriere Kulturen. Enjoy! Vielleicht ein oder zwei weitere Worten. Vorher haben wir ein Bilateral Agreement für die nächsten vier, für die nächsten fünf Jahre zwischen Austrierem und Serbien über Kultur, Wissenschaft und Bildung. Hier in Serbien weißt du so viel Austriere, dass wir mit einer so sophisticated exhibition wie dieser, um euch zu erreichen, weil alle normalen Dinge über Austriere sind sehr gut in Serbien. Auf der anderen Seite, Serbien ist nicht genug in Austriere, also der Austriere Kulturen ist also der Austriere Kulturen ist working hard um Serbien artist, Serbien culture und Serbien historie in der Austriere. In a time now that Serbien ist kandidat to the European Union, it is very important that our population knows Serbien well to welcome Serbien as new member in a couple of years. And I think really culture is the way to achieve to know each other. So that's all I wanted to see. And now please to our Austrian guest speakers. So that ghost is Austriere.